Heute finden wir innerhalb von 5 Minuten deinen perfekten Studiengang. Willkommen zurück Abiturleden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und danach ja vor allem auch, dass du mit diesem Traumabiturschnitt auch das richtige Studium findest. Und das ist eine Sache, weswegen ich unglaublich viele Nachrichten bekommen habe, weil ihr euch natürlich jetzt schon in der 11. und 12. Klasse damit beschäftigt. Ja okay, was mache ich denn danach? Und die Auswahl ist ja aktuell sowas von überwältigend. Deswegen lasst uns gar keine Zeit rein verlieren und direkt in die Tipp starten. Erstens, die zwei Perspektiven. Das bedeutet, dass du im Prinzip deine Wahl, was du später studieren möchtest, im Prinzip aus zwei Perspektiven angehen kannst. Entweder du gehst aus der Gegenwart heraus und sagst, okay, ich bin ja jetzt gerade in der Schule. Was kann ich denn gut? Welche Fächer machen mir Spaß? Vielleicht auch, womit kann ich jetzt als erstes viel Geld verdienen? Das kann ja auch ein sehr wichtiger Punkt sein. Das heißt, du schaust quasi, wo bist du jetzt? Und was macht daraus abgeleitet Sinn, jetzt für dich zu studieren? Weil das Studium steht ja im Prinzip zu der Mitte zwischen deiner Schule jetzt, dann eben das Studium und, was jetzt eben die zweite Perspektive wäre, deine Zukunft, beziehungsweise noch besser gesagt, deine Vision. Wo möchtest du später mal hin? Wie sieht dein Traumleben aus? Und daraus abgeleitet, wie sieht dein Traumberuf aus? Damit würde ich mich fast noch eher auseinandersetzen, weil das, was du in der Schule schon kannst, das ist sehr hilfreich und kann sinnvoll sein, aber es ist ja viel sinnvoller, immer von Zielen zurückzuarbeiten, anstatt nur zu überdenken, okay, was ist jetzt, was ist jetzt die nächste beste Entscheidung? Weil dann triffst du immer nur Entscheidungen, die jetzt im Moment besser sind, aber du hast überhaupt gar keinen größeren Plan. Deswegen überleg dir im allerersten Schritt mal, was möchte ich eigentlich langfristig werden? Das ist extrem entscheidend. Zweitens, von Visionen zurückarbeiten. Das bedeutet, dass du eben jetzt hergehst und sagst, okay, wenn du dir wirklich Gedanken darüber machst, dann es wird Zeit dauern. Ich habe ja auch schon ein Video gemacht, wie du die kompletteste Strategie, wie du herausfindest, was du wirklich willst, das ist hier oben verlinkt. Es ist so entscheidend, dass du dich damit auseinandersetzt. Aber hab vor allem auch den Mut, mal in diesen Dimensionen zu denken und nicht immer nur zu sagen, boah, kann ich eh nicht erreichen, sondern was würdest du am liebsten maximal haben wollen? Und dann schaust dir das an und gehst davon her zurück. Du recherchierst mal, was muss ich denn dafür zum Beispiel für Fähigkeiten mitbringen? Gibt es irgendwelche anderen Grundbedingungen, die ich da erfüllt haben muss? Wirklich zu schauen, was würde Sinn machen und von daraus dann zurück auf den Studiengang zu kommen. Denn das wird dann im nächsten Schritt extrem entscheidend. Sprich, halte dir einfach das mal so im Hinterkopf, was brauche ich, was sind so die Anforderungen? Weil dann würde ich mir vor allem als drittens eine Übersicht verschaffen. Und wenn man sich hier zum Beispiel mal bei StudyCheck, habe ich mir aufgeschrieben, wie die das Ganze unterteilen, dann gibt es im Prinzip zehn Kategorien, die eigentlich schon einen sehr, sehr guten Überblick geben. Erstens Gesundheit, zweitens Medien, drittens Wirtschaft, viertens Technik, fünftens Gesellschaft, sechstens Naturwissenschaften, siebtens Sprache und Kultur, achtens Kunst und Musik, neuntens Informatik slash Mathematik und zehntens Agrar- und Forstwissenschaften. So, jetzt habt ihr im Prinzip von diesen über 16.000 oder was weiß ich, wie viele Studiengänge es aktuell gibt, hast du einfach einen klaren Überblick. Jetzt würde ich mir aus diesen zehn Überkategorien immer mit deiner Vision auch im Hinterkopf hergehen und mal überlegen, komm, von diesen zehn gibt es auch maximal drei, die mich eigentlich ernsthaft interessieren. Das heißt, streich sofort mal sieben weg, überleg dir wirklich, was sind so die drei, die irgendwie mich am meisten ansprechen. Und wenn du es dann schaffst, versuch noch ein oder zwei weitere weg zu streichen, dass du am Ende nur ein bis zwei Überbegriffe hast, weil das bringt dir vom Fokus schon mal extrem viel. Viertens Subthematik wählen. Wenn du aufs StudyCheck gehst, das Video ist nicht von denen gesponnen, ich fand es einfach nur eine coole Website, ich habe natürlich im Vorhinein für euch recherchiert. Es ist mega, mega geil da, weil wenn du zum Beispiel dann sagst, okay, Gesundheit ist irgendwie so mein eines Thema, dann gibst du runter direkt fünf Subthemen, wie ich es mal genannt habe, das ist dann zum Beispiel Medizin, Psychologie, Sport und all diese Sachen und dann kannst du dich eigentlich direkt dafür auch für auch eins entscheiden. Das heißt, du hast dann, ich glaube in jedem von diesen Oberkategorien gibt es so ungefähr 300 Studiengänge, wenn du es quasi dann ein von diesen fünf Sachen noch auswälzt in dem einen Zehntel von allem, was es gibt, dann bist du schon automatisch nur noch bei 60 Studiengängen. Sprich, du hast von über 16.000 innerhalb von zwei sehr schnellen Entscheidungen eigentlich sofort nur noch 60 Studiengänge vor dir und das ist wirklich übersichtlich. Und bei diesen abschließend ungefähr 60 Studiengängen, da gilt es dann eben fünftens andere Faktoren einfließen lassen. Denn natürlich 60 Studiengänge sind schon mal ganz nice und da hat man auch eine große Auswahl, aber du musst jetzt natürlich selektieren nach, was für einen NC braucht man, was, habe ich diesen NC überhaupt, an welchem Ort möchte ich vielleicht studieren, ist das da überhaupt angeboten. Aber du schaffst es auf jeden Fall schon mal eine extrem konkrete Vorstellung zu haben. Und jetzt auch das Wichtigste noch zum Abschluss. Es ist gar nicht so unendlich wichtig, dass du nach diesem Verfahren genau den Studiengang hast, den du da machst. Was wichtig ist, ist, dass du einen konkreten Studiengang im Kopf hast. Weil dann merkst du sofort bei diesem Studiengang, was feiere ich an diesem Studiengang und was nicht. Und sobald du das hast, kannst du auch viel bessere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, ah, okay, das, was weiß ich, Psychologie, wie ich es beispielsweise studiere, interessiert mich super, aber eigentlich geht es mir vor allem um diese eine Thematik in der Psychologie. Und dann findest du vielleicht einen Studiengang, der sich noch mehr darauf spezialisiert. Und einfach solche Prozesse. Gebt euch da Zeit, aber beschäftigt euch gleichzeitig viel mit dem Thema. Das ist so die beste Kombi, um da langfristig auch wirklich das Richtige für euch zu finden. Deswegen auf diesem Weg auch ganz, 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 ganz viel Erfolg. Werdet nicht verrückt, ihr werdet auch was schaffen hat, oder was finden hat, bis ihr auch jeder andere geschafft. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaub an dich. Wir beisehren uns im nächsten Video. Dein Leo.